My Fair Godmother, My Unfair Godmother und My Fairly Dangerous Godmother von Jeanette Rellison Hallo und herzlich willkommen zu einer von meinen weiteren Reihenrezensionen, in denen ich über Buchreihen spreche, nachdem ich alle Bücher der Reihe gelesen habe. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es bei diesen drei Büchern in der Reihe bleiben wird. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube es leider. Von dieser Buchreihe werden wahrscheinlich die wenigsten bisher gehört haben. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwo die Cover von der deutschen Version gesehen, die ich ganz bewusst nicht ins Thumbnail gepackt habe und auch nicht in den Titel, weil ich sowohl die Titel als auch die Cover furchtbar, furchtbar, furchtbar finde. Auf Deutsch heißt der erste Band, glaube ich, Echte Feen, Falsche Prinzen und der zweite, Feen, Sommer, Dreimal Verwünscht, Verliebt für Immer. Der dritte Band ist bisher noch nicht übersetzt worden, allerdings macht das überhaupt gar nichts, weil man die Bücher nämlich vollkommen unabhängig voneinander lesen kann. Ich habe tatsächlich auch mit dem zweiten Band angefangen, wie ihr gleich in den Rezensionen auch noch sehen werdet. Das ist absolut kein Problem und das liegt daran, dass alle drei Geschichten von jungen Mädchen handeln, die quasi in Nöten sind. Also junge Mädchen in Nöten. Und alle drei werden eben von einer guten Fee besucht. Diese gute Fee heißt Chrysanthemum Everstar und ist quasi so eine Art gute Fee im Training. Sie muss für die Schule oder ich glaube später auch für die Uni, muss sie noch Projekte machen, weil sie ja ziemlich faul ist und keinen Bock hat etc. Und diese extra Projekte, diese extra Aufgaben sind eben diese drei Mädchen in Nöten, denen sie jeweils drei Wünsche erfüllen soll. Diese drei Wünsche, ja, die gehen allerdings immer relativ schief aus Sicht der jungen Mädchen und jedes Mal endet es so, dass dieses Mädchen eben in einem Märchen landet und keine Ahnung hat, wie sie wieder zurück in ihr richtiges Leben kommen soll. Das ist immer die grundsätzliche Geschichte der Bücher. Das sind so Fantasy-Romane mit einer ordentlichen Portion Humor und natürlich auch echt süßen Liebesgeschichten. Wie bereits gesagt, habe ich den zweiten Band zuerst gelesen, weil mir gesagt wurde, dass es der beste ist. Ich kann dem auch aktuell noch immer zustimmen. Allerdings kann es auch daran liegen, dass ich ihn halt als erstes gelesen habe. Ich habe das Buch und auch den ersten Band auch nochmal rereadet, kurz bevor der dritte Band erschienen ist. Habe auch beim zweiten Mal lesen total viel Spaß damit gehabt. In diesem ersten Band geht es eben um Tansy. Tansy hat sich so ein bisschen auf die falschen Leute eingelassen. Ihr Freund, ja, ist so ein bisschen auf der kriminellen Seite des Spektrums. Und es kommt eben so, dass ihr Freund, ja, ein Gebäudes zusprayt mit seinen Kumpels und sie dahin bestellt, sie dann da ankommt und die Jungs dann abhauen, weil die Polizei kommt und sie eben gefangen genommen wird von der Polizei und aussagen soll gegen ihren Freund. Das aber nicht macht, weil sie keine Verräterin sein will. Ja, sie wird dann so ein bisschen da rein getrickt von dem Sohn des Sheriffs, der natürlich relativ gut aussieht und auch so ein bisschen der Good Boy der Geschichte ist. Der bringt sie halt dazu, das doch zu bestehen und so, ja, verliert sie halt auch, in Anführungsstrichen, ihren Freund. Ja, und ist dann so am Boden zerstört im Endeffekt. Und dann taucht eben die gute Fee auf und in diesem Buch ist es halt so, ja, dass die Tansy in dem Märchen von Rumpelstilz hier landet und eben vor diesem riesigen Berg aus Heu steht und keine Ahnung hat, wie sie das in Gold verwandeln soll. Und überhaupt gar keine Ahnung hat, wie sie wieder nach Hause kommen soll, denn das ist das, was sie eigentlich will. Zufällig ist es auch so, dass der gute Sohn des Sheriffs eben auch in diesem Märchen gelandet ist, weil Chrissy einfach mega unfähig ist und das einfach in jedem Buch. Ja, die beiden schließen sich dann zusammen, um gemeinsam irgendwie einen Weg nach Hause zu finden. Ich fand dieses Buch einfach so perfekt. Ich habe diese ganze Rezension jetzt etwas vorgezogen, eigentlich wäre die viel später erst dran gewesen, aber unter dem Rebel Bell Video wurde ich gefragt, ob ich Bücher empfehlen kann, die eben viel Humor haben, bei denen die Charaktere gut sind und die eine spannende Geschichte haben. Und dieses Buch, Leute, ist genau das Richtige, wenn ihr das haben wollt. Und was sogar noch besser ist, es ist zwar eine Buchreihe, aber ihr könnt es auch einfach als Einzelband lesen. Das ist ja wohl das absolut Perfekteste, was es überhaupt geben kann. Ja, und ich fand, Tenzi war eine super Protagonistin. Hier war ein totaler Charakterwandel drin. Also sie hat so viel über sich selbst gelernt, darüber gelernt, inwieweit man loyal sein muss und wann man auch mal sagen kann, okay, hier endet die Loyalität. Sie hat wertzuschätzen gelernt einfach, was wichtig ist im Leben. Und das Ganze wurde auf so eine humorvolle Art und Weise erzählt, dass man da einfach immer nur sitzt und sich kaputt kichert. Und zusätzlich dazu bin ich ein absolut riesiger Fan von allem, was mit Märchen zu tun hat. Rumpelschätzen ist auch nicht das einzige Märchen, was hier irgendwie vorkommt. Es sind auch noch andere Geschichten, die Teil daran haben, weil Chrissy nämlich alle Wünsche, die die Protagonistinnen haben, immer so dreht, dass da halt irgendwas mit Märchen bei rauskommt. Zum Beispiel wünscht sich Tenzi am Anfang des Buches, dass jemand wie Robin Hood kommt und halt endlich mal Gerechtigkeit herrscht. Also, dass die armen Leute mehr Geld haben, weil es nämlich auch so ist, dass ihre Familie so ein bisschen Probleme hat. Ich glaube, es hat mit der Bibliothek zu tun, die ihr Vater oder ihre Mutter führt, irgendwie sowas. Das ist auch das Gebäude, was ihr Freund halt, ihr Ex-Freund dann eben besprayt hat und solche Dinge sind das halt. Und dann zaubert Chrissy halt wirklich Robin Hood dahin. Der ist allerdings nicht so, wie die sich das vorgestellt hat und raubt dann irgendwelche Läden aus. Und sagt so, ja, hier ist jeder reichte, also beklaue ich einfach jeden etc. Und diese Twists da drin sind auch einfach richtig gut und die Liebesgeschichte war auch so toll. Ich mochte beide Charaktere total gerne, sowohl Tenzi als Protagonistin als auch den Love Interest. Ich fand, es war auch so eine, auf einer Ebene geführte Diskussionen und auch dieses, wie sie dann vor diesem Berg aus heu sitzt und sich so denkt, what the fuck. Und das Beste daran war auch irgendwie so, dass Märchen auch etwas kritischer beleuchtet wurden. Also, dass sie sich gedacht hat, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den wegspinnen soll und ich habe auch, ich weiß auch, wenn ich den wegspinne, wenn ich den nicht wegspinne, dann wird er dich umgebracht. Allerdings, wenn ich den wegspinne, muss ich den König heiraten und da habe ich auch keinen Bock drauf. Also solche Dinge und es war einfach eine wunder, 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 wundervolle Geschichte, die ich wirklich nur empfehlen kann. Ja, und nach diesem zweiten Band habe ich eben erst mal For God Mother gelesen, also den ersten Teil der Geschichte. Das ist eine Geschichte, da geht es um Savannah und Savannah ist ebenfalls ein Mädchen in Nöten, denn Savannah, und das ist total interessant, denn man liest den Prolog dieser Geschichte und man denkt sich eigentlich, dass Savannahs ältere Schwester eben die Protagonistin dieser Geschichte ist. Denn die, ja, die ist die ganze Zeit schon in diesen Typen aus ihrer Klasse verliebt. Sie ist total in den verliebt und sie ist so ein bisschen introvertierter, sie steht total auf Bücher und sie ist so, ne, der eigentlich typische Buchcharakter, den man jetzt so erwarten würde in so einer Geschichte. Und dann liest man diesen Prolog und es kommt immer mehr dazu, dass die beiden sich annähern, aber dann ist es so halt, dass ihre Schwester Savannah halt mit ihm zusammenkommt. Also ihre jüngere Schwester, die auch so ein bisschen mehr auf Mode steht und etc. Ja, und man merkt so langsam, okay, aber es knistert immer noch zwischen diesen beiden und im Endeffekt ist es so, dass diese ältere Schwester der Jüngeren so ein wenig den Freund wegnimmt, in Anführungsstrichen. Ich finde es immer so blöd, wenn man sagt, da wird ein Kerl weggenommen, weil der hat ja auch eigene Entscheidungen, etc. Ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass Savannah eben alleine dasteht, hat auch kein Date mehr für den anstehenden Schulball, etc. Ja, und dann kommt eben Chrissy und will ihr diese Wünsche erfüllen. Das klappt alles nicht so gut. Erst landet sie in dem Cinderella-Märchen, dann in Schneewittchen. Und ja, ganz am Ende ist es dann so, ist sie dann irgendwo im Mittelalter, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Märchen ist, wo sie dann drin ist am Ende. Aber auf jeden Fall steckt sie da fest und dann ist da auch noch so ein junger, ich glaube, das ist ein Freund von ihrem Ex-Freund, der Tristan. Und der landet halt auch in dieser Geschichte. Und ja, das ist auch wieder so, alles so cute. Und dann gibt es da diesen dunklen Ritter und die müssen dann irgendwie, ja, so Aufgaben lösen, damit die irgendwie, die müssen an irgendein Artefakt kommen, glaube ich, mit dem sie glauben, dass die wieder zurückkommen. Und es ist auch dieselbe Art von Liebesgeschichte, weil es wirklich so gut geschrieben ist und die Charaktere, die passen auch so gut zusammen. Und dann sind da immer diese, ja, diese Dialoge drin, wo das so ein bisschen hin und her geht auf so sarkastische Art und Weise. Und das ist einfach das, was ich bei solchen Geschichten so sehr liebe. Und was ich, ja, wenn ihr auf sowas steht, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Also generell die Reihe. Und ja, auch der erste Band hat mir da total gut gefallen. Auf den dritten Band, My Fairly Dangerous Godmother, habe ich eine Weile länger gewartet. Die ersten beiden Bücher, die sind schon sehr, sehr lange draußen. Der dritte Band, der ist erst 2015 erschienen. Und da geht es eben um Sadie. Sadie möchte Sängerin werden, ist auch sehr talentiert. Aber sie nimmt eben bei Amerikas Top Talent teil und hat da diese, ja, diese Casting-Performance. Und die geht total in die Hose. Es läuft überhaupt nicht gut. Und sie ist am Boden zerstört. Ihre ganzen Träume sind im Endeffekt im Eimer. Und dann passiert es eben, ja, dass Chrissy auftaucht und ihr drei Wünsche erfüllen soll. Und das läuft alles nicht so gut. Erst landet sie in die kleine Meerjungfrau, also Ariel. Und dann halt am Ende in diesem Märchen die zwölf tanzenden Prinzessinnen, wo die Mädchen sich immer heimlich rausschleichen. Dann sind die zu Schule zertanzt, etc. Und in diesem Märchen ist es so, dass es halt da so eine Feenkönigin gibt, die halt so einen Kelch hat, der einem, glaube ich, einen Wunsch erfüllen soll. Irgendwie sowas. Und, ja, Sadie versucht dann halt an diesen Wunsch zu kommen. Allerdings gibt es in dem Märchen auch noch jemanden, der halt auch in einem Märchen gelandet ist. Und der versucht auch an diesen Kelch zu kommen. Und die beiden betteln sich dann so ein bisschen, aber haben gleichzeitig auch noch so eine cute Liebesgeschichte. Und, ja, also ich fand persönlich den dritten Band am schwächsten. Das kann allerdings auch daran liegen, dass ich halt fand, dass der zweite Band einfach viel, viel besser war. Und der erste war auch nochmal besser als jetzt der dritte. Und ich natürlich auch einfach, nachdem ich auch den ersten und zweiten nochmal gerereadet habe, auch mega hohe Erwartungen an dieses Buch gesetzt habe. Und ich glaube, diese Erwartungen hätte das Buch gar nicht erfüllen können. Ich glaube auch, wenn ich die ersten beiden Bücher nicht gekannt hätte, hätte das Buch hier irgendwie fünf Sterne oder so bekommen. Übrigens haben dann eins und zwei von mir fünf Sterne bekommen. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der dritte, der hat vier Sterne bekommen. Ich glaube, ich hätte ihn wirklich besser gefunden, wenn ich die ersten beiden nicht gekannt hätte. Es gab auch Dinge, die wurden hier wieder super gemacht. Aber es gab halt auch Dinge, die mich gestört haben. Und zum einen war das so, dass das Buch halt relativ vorhersehbar gewesen ist. Und das ist bei den anderen beiden Büchern halt nicht der Fall gewesen, meiner Meinung nach. Es gab halt gerade im zweiten Band so Plottwists, wo man sich so dachte, okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und das war beim dritten einfach nicht der Fall. Was jetzt auch nicht wirklich schlimm an sich ist, weil die Geschichte ja eh von dem Humor und so lebt. Aber was schon ein bisschen schwächer war als in den ersten beiden Büchern. Und dann ist das mit der Liebesgeschichte, auch wenn ich die echt toll fand und alles, fand ich schon, dass es relativ schnell ging. Es hat sich nicht so angefühlt, aber die beiden waren halt irgendwie nur drei Tage zusammen in diesen Märchen. Und das ist halt relativ kurz. Ich weiß, dass sich sowas beim Schreiben immer länger anfühlt. Und ich fand auch beim Lesen hat es sich auch ein bisschen länger noch angefühlt, als es war. Aber wenn man sich das mal so vor Augen hält, ist das einfach nicht wirklich genug Zeit, um wirklich zu sagen, oh mein Gott, ich liebe dich und sterbe dich, etc. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Weil, ja, ich finde einfach diese Charakterentwicklungen in diesen Büchern immer am besten. Und ich finde das so schön, dass die Charaktere, die Protagonistinnen in diesen Büchern immer im Laufe des Buches merken, wie gut sie es eigentlich haben. Und das irgendwie immer so zurückgezogen wird auf den Anfang. Und sie, wenn sie zurück sind, halt einfach das Gefühl haben, sie brauchen eigentlich gar keine Wünsche. Und das ist das, was mir an diesen Büchern so gut gefallen hat, dass diese Protagonistinnen einfach wertschätzen lernen im Laufe des Buches, was sie haben. So, dass sie es zu Beginn des Buches hatten. Und das ist eine total tolle Sache und es hat mir total gut gefallen. Und das war auch in diesem Buch wieder der Fall. Auch wenn ich, wie gesagt, das Buch nicht ganz so gut fand wie Band 1 und 2. Insgesamt wird es euch wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich sage, dass ich diese Reihe auf jeden Fall empfehlen kann. Ich kann übrigens auch Dustbone Misch von der Autorin total empfehlen. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine Rezension zu geben. Das ist allerdings Contemporary Romance. Ich fand einfach, die Reihe ist humorvergeschrieben. Sie hat tolle, tolle Charaktere, die man total sympathisch findet. Es geht um Märchen. Hallo! Und ja, es ist vom Plot her super durchdacht. Man liest das einfach und es geht einem das Herz beim Lesen auf. Und es ist so süß und toll. Und es ist einfach, für mich persönlich, sind das die Bücher, die mich am meisten überzeugen. Und das ist auch der Grund, warum die Reihe mit zu meinem Lieblingsbuch reingehört. Obwohl ich da so gut wie nie auf diesem Kanal drüber gesprochen habe, ist das tatsächlich so. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt diese Rezension noch gibt, weil ich mir einfach gedacht habe, es muss einfach sein. Ja, das war's von mir. Wenn euch die Rezension gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und sagt mir gerne, ob ich euch überzeugen konnte, dass ihr diese Bücher unbedingt lesen wollt. Wenn ihr Bücher in diese Richtung kennt, dann bitte, bitte verratet mir in den Kommentaren, welche es sind, weil ich immer auf der Suche nach sowas bin. Ansonsten findet ihr unten zwei Videos von mir verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Goodbye.